Die Gustav-Mahler-Privatuniversität, kurz GMPU, liegt mitten in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie gilt als die wichtigste Bildungseinrichtung für Musik und Schauspiel Kärntens. Seit 1982 besteht die Möglichkeit, damals noch im Konservatorium Volksmusik zu studieren. Wir haben ja ein sehr interessantes Fächerangebot, das wir übernommen haben. Wir haben eine sehr breite fachliche Ausrichtung, von Klassik über Jazz bis Volksmusik und auch EMP und so weiter. Das heißt, eine sehr bunte Mischung, die wir natürlich auch im Unterricht nutzen möchten. Die instrumentale Volksmusik ist einmal primär die Tanzmusik. Die hat sich natürlich etabliert und kommt auch auf diversen Konzertbühnen vor. Und in der Weise hat sich das natürlich jetzt im Laufe der Zeit verändert. Aber wir wollen natürlich versuchen, auch noch dieses Tanzelement mit in die Ausbildung hineinzubringen. Studenten aus knapp 20 verschiedenen Nationen werden an der Privatuniversität unterrichtet. Ein fixer Bestandteil der instrumentalen Volksmusik ist das Hackbrett. Wollen wir es nochmal machen? Machen wir es nochmal in Tempo? Die GmbU bietet vier Studiengänge an für das Hackbrett. Und zwar ist das das Bachelorstudium Instrumental- und Gesangspädagogik, sowie das Masterstudium Instrumental- und Gesangspädagogik und auch das Bachelor- und Masterstudium für musikalische Aufführungskunst. Und auch Begabtenförderungen in Kooperation mit den Musikschulen des Landes Kärnten. Das ist das Exzellent Cluster Musik, wo junge, begabte, talentierte Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, professionellen Unterricht zu bekommen. Das Hackbrett kann gezupft werden, also Beziccato und geschlagen, Battuto. Und jetzt ist es auch sehr modern, auch mit Dämpfern zu arbeiten, Dämpfmechanik, auch mit Verstärker, Verzehrer, also so ein bisschen die Grossobermusik. Ein weiteres Instrument, welches längst nicht mehr nur in der klassischen Volksmusikverwendung findet, ist die Zitter. Also die Zitter gibt es ja schon sehr lange. Und man versucht jetzt wirklich mit modernen Spieltechniken das Instrument immer wieder weiterzuentwickeln. Und das geht jetzt eben bis hin zur E-Zitter. Also da sind wir jetzt auch gerade voll dabei, wo das Instrument wieder die Attraktivität erlangt und es einfach spannend macht. Der Unterricht an der Zitter wird eben so gemacht, dass man eben die Zitter in den verschiedenen Stilbereichen einsetzt. Jetzt ist es auch so, dass der Fokus jetzt langsam auf den Jazz-Bereich und auf den Crossover-Bereich gelenkt wird und man eben mit der E-Zitter da wunderbare Sachen machen kann. Wer sich für ein Studium an der Gustav-Mahler-Privatuniversität interessiert, kann sich ab April für das neue Studienjahr anmelden. Nähere Informationen findet man unter www.gmpu.ac.at Bei T-Mahler-Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020